Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 2 Updates und 10 neuen Mods. Bevor wir wieder starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Robert. Ganz ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofboss bist. Wie immer starten wir mit den Updates und zwar kommt das erste Update für die Mod große Düngemittel Big Bags, kommt von IRL Modding, Download kostet 2,29 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Hm, kommt als Update rein in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Ich habe hier keinen Changelog gefunden. Falls ich mich hier irre oder ich falsch bin, bitte kommentiert es mir im Kommentarfeld unter dem Video. Das zweite Update kommt für den 114 G und den 124 G Series von Nassif Modding und Eric Isaac und Agro Mods und AJ3D. Download kostet 44,69 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, visuelle Fehler am Modell korrigiert, die Preise wurden reduziert, neue Optionen hinzugefügt, Beifahrersitzunterstützung hinzugefügt, erfordert DLC Kubota. Und damit kommen wir auch schon zu den neuen Mods und zwar ist die erste Mod das Pack Mahindra Retriever 1000 von AgroTono, Download kostet 19,6 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Pack bringt drei Mahindras in das Spiel und zwar zum einen den Retriever 1000, der Core mit einer Leistung von standardmäßigen 83 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 430 Litern, 97 kmh ist die Maximalgeschwindigkeit, hat ein Zuladevolumen von 460 Litern, wiegt 949 Kilo und kostet 17.200 Euro. Die Karosserie Konfiguration hier kann Belastbarkeit bis 460 Kilo konfiguriert werden, dann Belastbarkeit 0, dann offene Karosserie, nur die Abdeckung und dann Belastbarkeit 700 Kilo, auch hier 0 Kilo, offene Karosserie, nur die Abdeckung und zurück geht es zu der 460er Version. Reifenhersteller gibt es Mittas, BKT, Michelin und Nukin Tires, dann bei der Stoßstange gibt es ja oder nein, Seitenschutz gibt es Riemen vollständig oder zurück zu Standard, Markise also ein Dach ja oder nein, dann kann Fensterkonfiguration gibt es hier teilweise komplett oder kein Fenster, dann LED Scheinwerfer kann man vorne hinzubauen, das ist dieser hier, dann gibt es die Tarnung, Kohlefaser, Tarnung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und zurück zu Standard, Aufkleber gibt es Design 1, Design 2, ja das verändert diesen Aufkleber hier, dann Anhängerkupplung gibt es Standard oder Dreipunkt, die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier, die ist ziemlich groß und betrifft diese Teile hier. Der Sitz kann separat eingefärbt werden, die Karosserie und betrifft, das kann ich hier gerade nicht sagen, weil ich hier keine Änderung sehe, dann gibt es die Möglichkeit die Bremszettel farblich zu verändern, das ist dieser hier und natürlich gibt es die Felgenfarbe aus dieser großen, großen Farbpalette raus, die kann man frei wählen, ja das wäre dann einmal diese Konfiguration. Dann gibt es den 1000 Crew, das ist eine lange Version, die Leistungsmerkmale bleiben dieselben, der Preis liegt bei 20.200 Euro. Die Belastbarkeit auch hier ist dieselbe wie beim Vorgängermodell, weil es natürlich nicht mehr Platz gibt, weil ja jetzt vier Personen da sitzen, Werfenhersteller und alles andere bleibt wie gehabt. Auch hier die Hauptfarbe kann gewählt werden und das betrifft, das hat man auch schon gesehen. Die Karosserie weiß ich nicht, was es betrifft, das habe ich schon vorhin nicht herausgefunden, alles andere bleibt wie gleich. Und dann gibt es noch die Langbett Version, also das ist auch hier diese hier, das ist also einfach die lange Version, aber nur mit zwei Sitzen, hat dieselben Leistungsmerkmale bis auf das Füllvolumen von 1800 Litern anstatt den 460 Litern, kostet 18.200 Euro. Die Belastbarkeit kann geendet werden von 1800 zu 0, zur offene Karosserie nur die Abdeckung und zurück zu 1800. Alles andere bleibt identisch, hier was sich hier ändert mit der Farbekategorie Karosserie ist dieser Aufbau hier. Ja, haben wir eine ganze Menge von neuen Retriever in Hit 2 bekommen von Mahindra. Ja, viel Spaß damit. Die nächste neue Mod heißt Parkit 2500 Gravity Wagon, kommt von Rooster Mods, Download kostet 6,23 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Anhänger hier, hat ein Fassungsvolumen von 8,8 Kubikmeter, wiegt 3,9 Tonnen und kostet 8.200 Euro. Die Verlängerung hier kann hinzugebaut werden, ja oder nein. Wenn ja, dann vergrößert sich das Füllvolumen auf 11,3 Kubikmeter. Dann gibt es das Warn3 Erkinnten, das kann gewählt werden zwischen Neu und Alt. Und hier vorne, neuer und alter Aufkleber kann gewählt werden, hier mit dem Aufsatz, das ist dieser hier, der Untersatz, das ist dieser Anhänger hier. Da gibt es Alt und Neuer Aufkleber. Wir kommen zum Lizard 3 Punkt Adapter von Venom Mods, Download kostet 0,44 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieses Teil hier, ist somit eine 3 Punkt Ballengabel, wiegt 650 Kilo und kostet 1800 Euro. Anhänger Kupplungen kann getauscht werden, ja oder nein. Da sehe ich jetzt also keine Änderung an der Anhänger Kupplung, nur jedoch, dass die Ballenspieße sich verabschieden und daher nur quasi dekorativen Charakter hat. Die Farbe kann gewählt werden aus dieser riesengroßen Farbpalette hier. Die nächste neue Mod wurde gestern noch herausgegeben, ziemlich spät nachdem das Video gemacht worden ist. Und zwar heißt diese das Valtra Pack, kommt von Paul und Zocker Pro, Downloadgröße 67,25 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist das komplette Valtra Paket hier. Wir schauen uns nur den einen an, denn es sind nach wie vor die Standard Traktoren, nur wurde eine oder die andere Funktion hinzugefügt. Wir gehen hier nicht alle Details durch, sondern sehen nur an, was hier geändert worden ist. Und zwar hier die Animationssteuerung ist Simple IC oder Simple IC und Mouse Control. Alles andere ist genau gleich geblieben, deswegen gehen wir da nicht jeden einzelnen durch und machen weiter mit der nächsten neuen Mod. Die nächste neue Mod heißt KPSH3, kommt von Charis One, Downloadgröße 2,1 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Tiefenlockerer hier, kommt mit einem Gewicht von 507 Kilo, braucht 80 PS, Arbeitsbreite 3 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 kmh. Der Preis 5000 Euro. Die Farbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Fahrpalette hier. Die nächste neue Mod heißt Lizard Grubber, kommt von Makos, Downloadgröße 1,21 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Tank auf Liga hier, kommt mit einem Gewicht von 600 Kilo, braucht 45 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3,50 Meter, 15 kmh, ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 2500 Euro. Die Hauptfarbe hier kann gewählt werden zwischen Lizard Rot und Lizard Blau. Der Lizard L359T ist die nächste neue Mod, kommt von Permas Modding, Downloadgröße 2,77 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Tank auf Liga hier, kommt mit einem Volumen von 35.961 Litern, wiegt 6,5 Tonnen und kostet 44.000 Euro. Die Beleuchtung kann geändert werden zu EU, Nordamerika oder zurück zu EU. Dann die Panzerfarbe betrifft der Tank an sich, das ist also nicht die Panzerfarbe, sondern die Tankfarbe gemeint. Weil Tank übersetzt auf Englisch heißt ja eigentlich Panzer, aber in diesem Fall hier ist es definitiv der Tank. Rahmenfarbe kann gewählt werden aus dieser Fahrpalette hier und betrifft natürlich den Untersatz. Die Leiter kann entsprechend verfärbt werden, wie man das gerne hätte. Dann die Tankstütze, die den Tank stützt hier, kann auch einzeln eingefärbt werden. Und als letztes hat man noch die Felgenfarbe aus dieser Fahrpalette hier. Dies ist ein Tankfüllwagen, der natürlich nur Diesel transportiert. Wir kommen zum Kärcher HDS C711. Dieser kommt von AREC, Download kostet 3,29 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools. Ist dieser Kärcher hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 9.500 Euro, Unterhalt pro Tag 10 Euro. Ja, klassisch, hier kann man einfach sein Fahrzeug waschen. Nur ein Schuppen ist die nächste neue Mod und kommt von BK Mods. Download kostet 0,76 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist dieser Halle hier, dieser Unterstand hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 5000 Euro. Unterhalt pro Tag 10 Euro. Hier gibt es nichts wirklich dazu zu sagen, denn ja, das ist halt einfach dieser Unterstand. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt dieser Winter Kuhstall, kommt von Missy Bee, Download kostet 8,65 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und Kühe. Hier ist dieser Kuhstall hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 50.000 Euro, Unterhalt pro Tag 5 Euro. Schauen wir mal uns diesen Kuhstall an. Hier passen rein 50 Kühe. Gibt keine Wiese, es ist ja ein Winterkuhstall. Das ist das Tiermenü. Hier drüben wird Wasser eingefüllt und hier wird auch die Milch dann abgeholt. Hier ist der Futter-Eingabe-Punkt. Ich habe versucht hier Stroh reinzugeben. Als Balle geht nicht, aber Heu kann ich als Balle hier eingeben. Ihr könnt sehen, hier ist Futter mit dabei. Das ist aufgrund dessen, dass ich hier vorhin versucht habe, eine Heuballe reinzumachen. Dieser Lichtschalter hier scheint keine Funktion zu haben. Also ich kann auf jeden Fall keine Veränderung feststellen. Auch wenn es Leuchtstoffröhren in dem Stall hat, habe ich keine Möglichkeit gefunden, hier das Licht einzuschalten. Das war es dann auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch deinen Daumen da. Möchtest du keine weiteren Mod-Videos verpassen, dann hol doch das kostenfreie Abo ab. Möchtest du den Kanal unterstützen, dann werde doch Mitglied bei YouTube, damit du den Kanal auch finanziell unterstützen kannst. In diesem Sinne würde ich sagen, einen schönen Tag, Nachmittag, Morgen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke, Tschüss und hasta luego.